Okay Warum haben wir alle Monkeys, Digga? Ey, wo seid ihr, wo seid ihr? Wo seid ihr hin, Mann? Ich weiß nicht, wo ich bin, Digga. Ey, Bruder, irgendwer kommt zu euch, ne? Da ist einer mit einem Letterschwert. Oh, no, no, no. Komm, komm dich mit dem Scheiß näher. Ey, er ist unter dir. Oh nein, er ist unter mir. Oh mein Gott! Ich hab ihn durch die Tür abgestochen. Warum, Digga? Warum? Das ist deine Scheiß. Jungs, hallo. Komm, 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 hier ist es dunkel. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Hallo, wir haben doch Licht. Komm, Junge, mein Gott! Bro, move, move! Das ist deine Eins? Ja, ist doch gut, ist doch gut. Das ist deine Eins? Ey, ich schlick mich weg, Digga. Ey, move! Hä, was? Ich schlick mich weg, Mann! Ich schlick mich weg, Mann! Junge, Bruder, Michael, du bist echt nicht gelernt mit dem Laserschwert, ne? Du sollst aufpassen, wo du das hinhältst, Digga. Ich glaub, ich bin sicher. Ich glaub, ich bin sicher, Boys. Ich hab so nen Bunker hier. Ey, komm hier rein! Aber stich mich nicht ab! Ey, mach nicht! Nein! Ähm, ich krieg Orbs in den Rücken. Bruder, ey! Ey, Digga, du hast einfach Schüsse runterkauft, Digga! Ey, Ricochet die Tür? Ey, was ist das? Oh mein Gott! Ich fähre jetzt zum Next Board. The Monkey with the Schwert. Ja, du verpiss dich! Nein, Bruder, ich bring dich jetzt einfach um, Digga, wenn ich dich sehe. Okay, wen ich von euch sehe, der wird abgestochen, Digga. Bro, 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 warum höre ich auch Farid? Warum höre ich Farid, Digga? Oh mein Gott, er ist hinter mir. Na, Bruder, der kann doch nicht jetzt schon... Digga! Bro, ich höre sie auch. Nein, Bruder, warum? Oh nein, oh nein, da ist dieser Bastard. Ja! Ja! I'm the strongest force user. Oh mein Gott! John Shiner kommt direkt nach dem ich Michael gekillt habe. Lass dich kaputt machen! Ja! Ja! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Boah, du bist gar nicht überbelichtet. Ich feiere das. Das ist gutes Licht. Sieht gut aus. Bruder, egal. Deine behauptes IRL auch so weit. Ey, guck mal. Ganz ehrlich, Digga. Boah, look at this. Ist HD, Bro. HD. Guck mal hier beide. Monkey. Monkey. Hey, Bruder. Hat einer von euch Taschen am drin? Ja, du. Wenn du F drückst. Du Idiot, Digga. Obwohl, warte. Hier ist Blut aufbogen. Warte, warte, warte. Ey, 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 ey. Ich habe Medellin aufgehoben. Maschallah. Ey, wie sehen die aus? Mit Pentagramm drauf. Ich stehe was auf Arabisch auf der Wand, aber zum Glück bist du ein Fake-Kanak und kannst nicht deine eigene Sprache lesen. Warte, ich kann lesen. Ich kann lesen. Ja, du Fake-Kanak, Digga. Ich komme, Bruder, ich probiere zu lesen. Fake. Lass mich so weitergehen jetzt. Lass mal. Bruder, das bringt dich zu hart. Warte, ich kann... Bruder, ja, warte. 6,5 Stunden später. Ich weiß auch. Ehrlich. Also. Ey, nein, kannst du bitte den Scheiß lassen jetzt durch dich, Digga. Warum war die Tür dazu? Wollen wir jetzt Raum 4 abchecken? Raum 4. Da ist, glaube ich, ein Betty-Wolf-Automat. Ja, ich hab doch gesagt, dass ich... Ah, ne, ich spiele auch. Riesig, aber jeder Raum ist nämlich useless. Jeder Raum ist useless, by the way. Ich hab gar nicht damit gerechnet, ne? Boah, what the f... Schon wieder. Ich wollt grad sagen, ich hab... Ich hab Angst, dass irgendwas passiert. Oh. Hey, hier ist er. Ich bin ein Fighter. Hey? Oh, ja, boah, Digga. Merkst du, ne? Die schallern schon, ne? Digga, der kann nicht... Merkst du, dass die schallern, Digga? Scheiße, Bruder. Boah, hast du Dünnie? Bruder. Bruder, das hört sich endlich nach Dünnie an, ne? Hast du Dünnie, Digga? Bruder, erstmal die Toilette abchecken, Bruder, was im Aspekt passiert ist. Oh mein Gott, siehst du das vor dem Klo, Bruder? Das war ein klarer, also auf jeden Fall, Digga, also das seh ich ja. Ja, das ist schon ein Fall für den Doktor, Digga, das ist nichts mehr hier. Digga, da hat's jemand nicht mehr rechtzeitig hingeschafft, Digga. Meinst du auf dem Weg an die Person? Ich glaub, Digga, das war ein Absturz, Digga. Bruder, hier ist noch ein Radio. Boah, Digga, das ist schon... Boah, Digga, du willst das vielleicht sehen, Digga, also das ist schon... Bruder, siehst du das? Guck mal hier an der Wand, Digga. Das ist direkt nachdem er ausgegessen hat, ist es sofort abgegangen, ne? Das ist Stand Dünnie, Digga. Boah, der Stand. Boah, Digga, der ist schon sehr gefährlich. No smoking? Hä? Bruder, da ist der Ausgang. Wie ist der Ausgang? Komm her. What? Ne, das war nicht der Ausgang. Sind wir alle alleine? Oh ne... Oder seid ihr nach vorne... Oh! 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 Oh, Bruder! Ey! Ey! Nein! Digga, das war so gut. Boah! Ey, Junge, der Jumpscare ist immer noch aus meinem Rechnung. Alter, Junge, das ist doch niemals gesund, Digga. Die knallen nicht aus dem Leben mit den Jumpscares. Ey, Bro, Bro, Bro! Bro, Bro! Renn! 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 Ich bin nicht tot. Bruder, ich hab! I got it. Hey! Beto. Ey, Junge, das war nicht schlecht, am Ende, Digga. You have escaped! Junge, Dicks Unlocked, Digga. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Dicks Unlocked, Digga. I'mma show you, Digga. Wir haben keine Boos Unlocked. Toilets Room. Komm, lass mal in die Reviermacht gehen gehen. Also, wir haben keine Boos Unlocked haben. Wir haben eine Scheiße, diese Toilette, Digga. Ey, der Basta, Digga. Wir haben noch Schwanz.